Moin Hallo und Herzlich Willkommen, Matze wieder am Start und mir fehlen noch sechs 100 Meter Abschüsse als, wie man sieht, das wäre ja ideal für. Wie dafür gemacht, sozusagen. Tja, das ist doch blöd. Ich sehe doch hier keine 100 Meter weit, aber das ist doch kürzer. Wo gehe ich denn jetzt hin? Der 100er Bausteller-Plein. Was? Was? Das ist nicht gut. Das hört sich nicht gut an. Was macht das? Es sind irgendwelche Schärten hierher. Oh, sie hoppt auf den beschissenen Berg. Soll das gewesen sein? Bitteschön. Ey, habt ihr nicht mal alle Latten am Zaun? Hä? Von allen Seiten werde ich hier getroffen. Seid ihr dumm, oder was? Das ist doch bürt, eigentlich das hässliche Kind. Ja, genau. Ja, ein paar Prozellen. Der 1. 1. 3. ich frage mich wo ich die hitze gekriegt habe von da und von da und von überall wie komme ich hier wieder weg also habe ich ja nicht meine latten am zaun ist noch nicht ganz dicht wie denn ich höre doch mal auf zu spinnen sind einfach überall ich habe ne idee ich renne auf den skepon da vorne und wenn sie pushen wollen schießen sie ein stücker die hunde überhaupt zu spinnen von allen seiten wird es mich doch verscheißen da war noch mehr regen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja mach auf, mach auf, mach auf! Die feitsche Seite. Mach zu, mach zu, mach zu! Mach zu! Mach zu! Ist klar, weißt du, du kannst gerne zwei Meter weit gucken. Und der weiß, du kriegst jetzt aus 10.000 Meter Entfernung von allen Seiten. Ist ja nicht normal. Ich planeine dich weiter. Geil! Geil! Vielen Dank. Vielleicht soll mir mal einer erklären, wie das möglich war. Vielen Dank. Ja, ich kann aber nicht ewig da sitzen, es wird nichts. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 das denn schon wieder wird auch mal auf zu spielen das ist nicht normal was zum teufel soll das sein ich habe spitzige hände ich habe spitzige hände da hört doch mal auf es ist noch nicht ganz dicht hier jetzt kommt ich habe spitzige hände ich habe spitzige hände Das war's. Oh, ey, seitdem ist alles dicht. Das liegt da unten. Ich schalte mich mal in den Ausdruck. Keinem hab ich die Presse weggeschossen. Ich schalte mich mal in den Ausdruck. 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 Ich glaube, die Hunde auch gerne lüten. Ich muss erst mal klippen. Ich schalte mich mal in den Ausdruck. Ich schalte mich mal in den Ausdruck. Ich schalte mich mal in den Ausdruck. Ich schalte mich mal in den Ausdruck, ich schalte mich mal in den Ausdruck. Oh, Alter. Was ist das? Das ist nicht normal. ich habe keine lust die Saves zu tun, ich will was trinken, was essen essen ist da, ist auch nicht schlecht ich habe keine Lust, ich habe keine Lust, ich habe keine Lust Bisschen, Bisschen, Bisschen. Bisschen, 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 Bisschen. Bisschen, 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 Bisschen. Bisschen, Bisschen, Bisschen. Bisschen, Bisschen, Bisschen. 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 Ja, bis ich mich über die Beute hermache. Schade, was er nicht hier hin wie so ein Trottel. Man möchte ihm seine Zitaten aus dem Maul hauen. Oh ja, geil. Kannst du jetzt tatsächlich mitnehmen? Ja, geht lieber nicht. Ich weiß. Was geht? Wie viel liegt das denn? Gut, wir schnippen jetzt. Wie viel, wie viel, wie viel, wie viel. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja gut, dass der unterwegs irgendwie verloren gegangen ist. So, für uns wird es nicht Zeit. Das ist aber Pissen. Oh, ich denke noch, ich muss sogar leben. Äh, guck mal. Ausdauer meine ich. Okay. 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 Ich hab nicht mehr der Pottel geblieben ist. Alter, Wahnsinns-Welt. Ach, das sind 15.000 XP. Big Pipe. Bird-Eye. Steu-Opa-Trisch. Aber kein hässlicher Night dabei. Haben die den zu Hause vergessen oder was? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.